Die Klinik am Pelikanplatz, eine der ältesten und besten Adressen für plastische und ästhetische Chirurgie in Hannover, steht seit jeher für ein ganzheitliches ästhetisches Konzept. Als einziger Standort in Niedersachsen bieten wir unseren Patienten das gesamte breite Spektrum plastischer und ästhetischer Chirurgie, ergänzt durch alle sogenannten Unterspritzungsverfahren, außerdem ist angeschlossen ein kooperierender Laserstandort, der für unsere Patienten vier verschiedene Laser vorhält. Das patentierte Verfahren CoolSculpting als nicht operatives Verfahren zur Fettreduzierung ergänzt in diesem Zusammenhang unser Behandlungsspektrum ideal. Auf diese Weise können wir aus diesem relativ umfangreichen Repertoire immer das für unsere Patienten am besten geeignete, quasi individualisierte und maßgeschneiderte Verfahren als Behandlungsoption auswählen. Höchste Qualitäts- und Sicherheitsansprüche sind dabei immer oberste Maxime. Dr. Entesami, Inhaber und ärztlicher Leiter der Klinik am Pelikanplatz, arbeitet seit Jahren als plastischer und ästhetischer Chirurg. Seine große Expertise und sein besonderes Engagement werden von Patienten sehr geschätzt. Fühlen Sie sich in der Klinik am Pelikanplatz sicher und gut aufgehoben. Hier erwartet Sie die Zuverlässigkeit einer topmodernen Klinik kombiniert mit dem Komfort und dem Standard einer gehobenen Hotelatmosphäre. Ein engagiertes Team, hervorragend ausgebildetes Personal und höchste Qualitätsstandards machen Ihren Aufenthalt zu einer wohltuenden Erfahrung.